Nun geht es darum, Freiheit und Anstrengung, die Core Energies, die maskulinen und die femininen Energien in Balance zu bringen. Die maskuline Energie wird benötigt, um vorwärts im Leben zu kommen und Leistung zu bringen, das Machen. Die feminine ist die Freiheit, die Entspannung, das Sein. Zunächst damit beginnen, den Atem hinauszuziehen. Und einatmen in die untere Rippen. Ein, zwei, drei, durch die Nase. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, sechs, sieben, acht, neun, zehn, sechs.